Zombie-Alarm auf einer Waffenmesse in Florida. Untote als Zielscheibe, das ist der neueste Trend auf amerikanischen Schießplätzen. Einer der Herren erinnert dabei sehr an Osama Bin Laden. Wer sind die anderen? Damit die Zombie-Ballerei möglichst realistisch wirkt, haben die Figuren einen eingebauten Spezial-Effekt. Ein Kassenschlager, bei dem man sich nur wundern kann, wer ihn kauft.